Servus miteinander, hier ist der Martin im Auftrag von Olight. Ich darf euch heute das neue O-Tackel D2 in der Titanausführung vorstellen. Das Ganze kommt in so einer Kunststoffbox, ein nettes Goodie, nehmen wir uns zur Seite. Das D2 ist ein Multitool, wie gesagt aus Titan gefertigt, hat da vorne seine Carbon-Einlage drinnen, damit das ein bisschen hübscher ausschaut. An der Rückseite finden wir einen Schieber, wenn man den aufmacht, kann man den Deckel aufschieben und dahinter verstecken sich vier Stück 4 mm Bits, die zweiseitig drauf sind, also quasi acht Werkzeugerl. Da gibt es Kreuzschlitz, Flochschlitz, ein paar Torx und zwei Imbus. Das macht man so, das Ganze hält auch magnetisch. Die kann ich entweder vorne einsetzen, damit ich das Ganze wie ein Schraubenzieher verwenden kann, oder wenn ich mehr Kraft brauche, kann ich es da hinten einsetzen und dann wie ein Eratsche verwenden. Das O-Tackel D2 Titan gibt es jetzt um 30% vergünstigt im Maisel und falls die Frage aufkommt, man kann natürlich auch andere 4 mm Bits im Fachhandel nachkaufen und die dann auswechseln, wie man es halt braucht. Danke fürs Zuschauen, seid's lieb, lasst mal ein Like bei dem Video und wir sehen uns bald. Fiat euch!